Ich heiße Christian Augenthaler, habe einen Meisterbetrieb für Bodenbeläge in Rienburg. Bei mir gibt es Naturböden, also Kork- und Linoleum, Teppichböden, Kunststoffböden und hochwertige Designerbeläge. Die Highlights sind bei mir, dass man als Beispiel die Designerbeläge individuell gestalten kann. Man kann verschiedenste Holzarten mischen, Friese gestalten, Intarsien. Diese hochwertigen Designerbeläge bekommen man nur über mich. Wenn man einen neuen Boden braucht, komme ich natürlich vorbei mit Muster. Schaue mir das Zimmer an, schaue, was farblich reinpasst. Ich berate den Kunden natürlich individuell. Ich komme dann vorbei, messe das aus, schaue, wie der Untergrund geschaffen ist. Wir machen einen Termin aus, verlegen den Boden fachgerecht und die Baustelle wird tiptop hinterlassen und übergeben das so dem Kunden. Ich komme dann bei den Boden fachgerecht und die Baustelle wird tipto der Boden fachgerecht. Untertitelung des ZDF, 2020